Hallo zusammen, ich bin Daphne Coulee, ich bin Harfenistin am Sinfonieorchester Sengallen. Diese Woche freue ich mich sehr auf die kommenden Konzerte, insbesondere auf die schottische Fantasie von Max Bruch, zu denen die Harfenstimme eine sehr wichtige Rolle hat und viel alleine mit dem Solisten zu hören ist. Die Solistin ist die Geigerin Tianhua Yang, ich freue mich natürlich riesig mit ihr spielen zu dürfen. Ich werde euch jetzt einen kleinen Teil von dem Stück vorspielen, das ist von dem ersten Satz, wo man sehr viel Emotion und Wärme spürt. Wenn ihr mehr davon hören möchtet, kommt am 21. oder am 22.11. in der Tonhalle vorbei. Wir freuen uns sehr auf euren Besuch. Vielen Dank für das Zuschauen und bis hoffentlich bald. Tschüss. 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 G�i Spencer. Vielen Dank.